willkommen zurück zu let's play minecraft the village juhu und juhu auf geht es hier ja was essen nicht hilft so sollen wir noch einen noch größeren show an cobblestone verbrauchen um unser riesengebäude da hinten hinzusetzen ich überlege gerade ob das gebäude von außen nicht ein bisschen zu schlicht ist aber da muss ich mal schauen ob das nicht noch irgendwie anders hinkriege was ich da außen als als verzierungen dran machen damit das gebäude nicht ganz so schlimm aussieht nicht ganz so cobblestone ich möglichkeiten gibt es halt genug ich wollte eigentlich nicht mit holz arbeiten holz wollte ich tatsächlich nicht außen ran machen ich weiß noch nicht genau wie ich es mache irgendwie kriege ich das schon hin so aber hier runter einfach hier mal die runde ich hüpfe hüpfe andrela hüpfe ja da wollte ich hier noch ein fenster rein machen muss ich gerade mal was überlegen ja ebenso ein kleines fenster soll das hier werden oder zwei kleine fenster besser gesagt die haue ich aber gleich separat noch mal aus dem stein raus da weiß ich noch nicht so genau wie ich es machen will und das werden einfach zwei kleine fenster damit von da auch ein bisschen licht reinkommt ich habe schon überlegt ob ich das gebäude von außen dann noch mal mit säulen einfasse also mit diurid und dann da säulen raus machen das würde ich irgendwie cool finden das hätte noch mal so ein extra touch das könnte ich eigentlich machen so eine säulen fassade außen noch mal rum was haltet ihr davon ich meine ich werde sowieso machen aber ich mache es einfach mal schauen wir doch mal dann wird das gebäude ein bisschen breiter ist ein bisschen ist nicht ganz so wirklich ganz so gigantomanisch das könnte das ist glaube ich gut wenn ich das so machen würde das mache ich auch mal ich mache es mal probe halber an hier an einer front schauen wir mal und dann kann ich auch bald schon das dach draufsetzen wenn es denn soweit ist hier noch mal so dass das das hier noch mal und nein das wollte ich doch gar nicht wollte nicht runterfallen doof na gut ja dann werde ich dann dann mache ich da echt echt mal so eine säulen fassade außenrum das finde ich ganz cool das finde ich echt cool das so zu machen muss ich nur darauf warten dass earthkin mir hier die hier die wand versetzt damit ich hier weiter bauen kann so au 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 fast totaua blöd das dann wechsle ich jetzt mal kurz meine strategie damit es halt mal die die einfach baustrategie ok weiter gehe ich jetzt noch nicht weil da ja noch was kommt weil da ja das weggebracht wird da will ich erst können hier so ein bisschen freiraum lassen dass er das möglichst easy weg bauen kann so 1 2 das 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 und hier noch mal kommt es dann auf oder kommt es dann auf der kopf tack 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 ok das war es aber schlecht schon 1 2 aber da kommt noch was mehr 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 ich bin ja nicht hoch genug 3 sind glaube ich machen wir es mal so so kann ich natürlich auch hier oben bauen das ist gut hier nochmal da nochmal und hier ach ja ach ja ach ja ach ja hier noch eine runde das ist schon verdammt hohes gebäude heidewitzka das gebäude wird riesig 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 ich mag das wenn das gebäude so riesig wird so hier nochmal und dann kann ich gleich schon das dach drauf zu setzen so das hätten wir jetzt möchte ich gerne das dach drauf setzen dann habe ich mir nicht nur so unterschiedliche ideen wie ich denn das ganze noch außen noch ein bisschen optisch anpasse da brauche ich extrem viel diurid für also wirklich verdammt viel diurid jetzt machen wir erstmal hier auf den weg nach unten so das dach ich brauche tonnenweise diurid also wirklich tonnenweise gehen wir mal hier hin schmeißen mal den cobblestone rein und gehen noch mal hin und holen ja eigentlich sämtliches diurid ab das 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 alles da rein das da rein feuer tanze nehme ich mit das 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 jetzt da rein das brauche ich gut und holen uns meinen schwung diurid machen den zu poliertem diurid und schauen ob das was das dann aussieht weil ich wollte gerne so ein weißes kuppeldach da drauf bauen aber das finde ich eigentlich am coolsten so ein weißes kuppeldach ja das wird's auch mit so mit so ein paar highlights dabei so was wird das ein weißes kuppeldach dass man das die kuppel die sollen auch begehbar sein ja 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 sowas in der art werde ich mir bauen schauen wir mal dann sehen wir das schon ok hüpf 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 hü Halluzinogene irgendwas, Sandstein wäre natürlich auch geil, glatter Sandstein als Dach, Sandstein, alter, das wäre auch richtig geil, ne ich nehme doch Diorit, ich nehme doch polierten Diorit, ist das hier denn, Diorit, ok, oh nein, wir haben kein Diorit mehr, Poliert haben wir ja nicht mehr, ist hier noch was drin, nein, 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 und wir fürchten, dass das viel, viel, viel zu wenig Diorit ist, für das, was ich jetzt vorhabe, und für das, was ich danach noch vorhabe, ich brauche einfach alles Diorit, das es auf dieser Welt gibt, und dann muss ich Diorit farmen gehen, geht auch, Den mache ich dann allesamt zu polierten Diorit, ja, so machen wir das, so machen wir das, jetzt ist die Frage, naja, mal schauen, ich habe, ich, ich habe schon eine Idee, wie ich das jetzt mache, Da brauche ich eigentlich noch was anderes, aber, das muss ich dann nachher nochmal holen gehen, das muss ich dann nochmal holen gehen, ob das gut aussehen wird, ich weiß es nicht, ich weiß es wirklich nicht, ob das nachher gut aussieht, das ist so, 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 ungewiss, ungewiss ist das, gut, äh, ich, Creepa, sag mal, hallo, geht's noch? Geht's noch, kleiner Creepa, also, geht gar nicht, so, hier denke ich, polierter Diorit, ohne Ende, so, habe ich irgendwo noch Platz in der Kiste, hier ist noch was, da schmeiße ich noch einen Sprung rein, nehmen wir noch ein bisschen was mit, so, ich brauche noch Erde, hier ist auch noch polierter Diorit, ach geil, da habe ich sogar noch mehr, ha, Perfekt, den polierter Diorit nehme ich direkt mal mit, und, äh, Glas brauche ich noch, ein bisschen Erde zum konstruieren, und ein bisschen Bruchstein ist nie schlecht. Bruchstein, wo ist denn hier jetzt nicht ausgeleuchtet, dass hier ein Creeper rumrennen soll, wo soll das denn sein? Hm, gut, ich gehe mal hier hinten hin und baue mich da mal hoch, damit ich da auch hochkomme, hier, und dann werde ich mir da mal ein schönes Dach konstruieren, Oh, die Musik klingt ja gut ab, ich dance, ich habe auf meinem Stuhl. So, polierter Diorit, den setze ich hier jetzt einfach mal, äh, drei, ne, zwei Reihen setze ich hier überall ran. Und dann habe ich hier so einen kleinen Absatz, ja, das passt, das ist dann quasi so begehbar, da kann man dann rausgehen, das ist eigentlich jetzt cool. Und dann kommt eben, in die Mitte wird dann eine Kuppel aufsteigen, mit einem kleinen Gimmick. Ja, dann kannst du hier außen rumgehen, schön aufs Village gucken, wer schießt hier Eide, da aus, stirb Arschloch, stirb Arschloch. So, ich habe dich runtergeschossen, du mich nicht. Ich hätte vielleicht den Testtag machen sollen, bevor ich hier oben rumkraxel. Blöde Idee. Ganz, ganz blöde Idee. Das, das, so, dann hier der, Richtungswechsel, ja, das passt so. Hier, dort, ja, so, ist so richtig, das passt so. Ach ja, ach ja, ach ja. Ich freue mich, dass das hier so schön aussieht, also mir gefällt das richtig gut, was ich hier baue. Ob euch das gefällt, das werde ich dann später sehen, wenn die Folgen dann veröffentlicht werden. Hier eine Runde, da eine Runde. Oh, ich brauche viel Diorit, ich brauche richtig viel Diorit. Das ist ja krass. So. Ich brauche so krass viel polierter Diorit, das ist echt krass. So, hier zwei, da zwei, hier, zwei, das passt so. Ich brauche jetzt aber die Orientierung wechseln. So, da geht gerade die Sonne über Notokas Schloss, nenne ich es mal auf. So, hier, hier. Da, da, da. Tete, 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 tete. Wenn ich hier runterknalle, zum Glück habe ich Federvall auf den Schuhen drauf, sonst werde ich wahrscheinlich tot. Wäre unschön. Da habe ich eigentlich keine Lust drauf. So, das hier weg. So. Hoppala. Oh, nicht schön. Jetzt ist er weg. Nein. Geh nicht. Bleib bei mir. Das. Und dann ist hier auch schon gleich vorbei mit der ersten Runde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wird das geil. Das wird so geil. Das sieht nachher so geil aus. Ich weiß, Selbstbeweihräuchung ist eigentlich nicht mein Ding, aber ich finde, das wird nachher so geil aussehen, ey. Gut, jetzt muss ich hier noch eine Reihe ransetzen und da ist immer dann gleich zwei hoch. Ne, stopp. Stopp, Käthe, das ist haftig falsch. Das habe ich jetzt, das war jetzt falsch. Ähm, wo ist denn hier die Mitte? Die Mitte müsste, nein, ich Idiot. Ah. Scheimkleister. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie habe ich das geplant? Genau so, so habe ich das geplant. Ja, also, noch mal hochbauen. Ich hatte gerade so einen kleinen Knoten im Hirn. Hm, das reicht noch, ich habe genug Zeug dabei. Passt. So, jetzt muss ich aber wirklich mal gucken, wo ist hier die Mitte? Die Mitte wäre dort. Ich setze hier mal zwei Blöcke hin, einfach überall in die Mitte, um mir das anzuzeichnen. Hier, das wäre einmal da und da. Und das wäre, woop. Okay. Kann ich hier mal rüberschauen. Die beiden hier, oder? Ich glaube schon. Ja, ja, das kommt hin. So, hier möchte ich jetzt gerne so einen ähnlichen Bogen wie unten den Torbogen haben, der dann quasi so nach oben abgeht. Ja, genau. Ich hätte mich da draufstellen sollen, dann hätte es besser ausgesehen. Wow. Dann kurz. Pferla. So, okay, noch einen hoch und einen zur Seite, zwei hoch, ein, zwei hoch, einen zur Seite. Äh, 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 okay, hier jetzt nochmal, eins, zwei, zwei, so. Ist das so richtig? Sieht das so gut aus? Ja, das passt so. Ich werde jetzt hier gerade nochmal die Hilfssteine rausnehmen. Oder? Lass die Hilfssteine drin. Ich kann die Hilfssteine drin lassen, das sieht besser aus. So. Die kommen weg. Jetzt muss ich nur einmal hoch. So, ich habe mich hier so, eins, zwei, äh, so. Dann hier einmal so und dann hier abschließen. Ist das so richtig? Ist das jetzt symmetrisch? Ne, das ist absolut nicht symmetrisch. Das habe ich hier anders gebaut. Ich habe jetzt, der Abstand hier war falsch. Ich habe hier den falschen Abstand genommen. Retour. So, noch einmal. Den da ran. Dann einen drunter, eins zur Seite, zwei runter. Eins zur Seite, zwei runter. So, jetzt ist es richtig. Jetzt ist das richtig. Okay. Ja. Ich hoffe jetzt echt, dass ich das hier richtig mittig hingelegt habe. Warte mal. Eins, zwei, drei. Und auf der anderen Seite auch eins, zwei, drei. Okay, es ist mittig. Super. Superbier. So, das hätten wir. Dann, das gleiche hier nochmal. Das soll jetzt auf allen Seiten passieren. Eins, zwei, drei. Eins zur Seite. Eins, zwei, drei. Eins zur Seite. Das in der Mitte packe ich so wieder raus. Eins, zwei hoch. Zwei, äh, äh. Eins zur Seite. Eins, zwei hoch. Dann einen nach innen. Und da oben drauf vier Blöcke. Okay. Eins, zwei. Eins zur Seite. Falsch. Und hier. Passt das, oder? Wait a minute. Jetzt. Oben drauf vier Blöcke. Ja. So. Okay. Und oben drauf setze ich glaube ich dann nochmal zwei Blöcke oben drauf. Ja. Mach ich auch. Gut. Gut, gut, gut. Ey, die Aussicht hier, die ist ja schon genial, ne? Wenn da hinten noch alles nachlädt und so. Nicht schlecht, Herr Specht. Hier bei ja was wunderbares Schlösschen. Das hat sich da hingebaut. Somit hat der hinterher irgendwo mein Schloss. Das sieht man aber aktuell gerade nicht. So, eins, zwei. Äh, drei. Eins zur Seite. Eins, zwei. Wupp. Drei. Eins zur Seite. So. Hier nochmal hochbauen. Jetzt ist das schon der Blöcke der Rit auf. So, dann kommen hier zwei drauf. Eins zur Seite. Zwei drauf. Eins zur Seite. Und dann hier oben drauf. Eins, zwei, drei, vier und eins. Zwei, die ich jetzt noch zusätzlich oben drauf gepackt habe. Weil ich es möchte. So. Ich fix mal was essen. Meine Güte, was für ein Riesending. Das ist echt das größte Gebäude, das ich je in Minecraft gebaut habe. Heide, wie geht's gar. Aber ernsthaft. Das wird krass. Naja, egal. Passt schon. Ich muss hier gerade nochmal ein bisschen Erde immer hier hinpacken, weil ich jetzt nochmal hier hoch muss. Und hochbauen ist einfach mit Erde komfortabler. So, da oben kommen nochmal zwei Blöcke drauf. So, und das gleiche da nochmal. Öppala. So, eins, zwei. Okay, das ganze muss dann da hinten nochmal passieren, wenn Earthkin die Wand weggepackt hat. Jetzt kommt das Dach, das hier oben drauf soll. Dafür muss ich mich hier nochmal... nochmal eins, zwei, drei Blöcke nach innen bauen. Glaube ich. Drei oder zwei. Ich glaube eher drei Blöcke. Moment. So, eins, zwei, drei. 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 Und eins, zwei, drei. So. Und dann kommt hier in der Mitte die Kuppel, die dann dort entstehen soll. Okay, hier das gleiche Spiel. Eins, zwei, drei. 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 Hoppala. Hoppala. Mein neues Lieblingswort. Nein. Nicht wegschmeißen. Nicht wegwerfen. Ich brauch dich. Sieb, neun. Äh, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So, eins, zwei. Moment mal. Moment, Moment mal. Was habe ich hier falsch gemacht? Das heißt ja theoretisch immer fünf Blöcke von davon weg. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Eins, zwei, drei, vier, häh. Häh, 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 häh. Passt das so? Ja, ist symmetrisch da drüben. Passt das da drüben auch? Bin mir nicht sicher. Sieht irgendwie anders. Ne, das ist doch, ist genauso. Ja doch, passt. Gut, gut. Wenn es passt, bin ich glücklich. So. Dann. Dann, dann, dann. Das gleiche da hinten nochmal. Das lasse ich jetzt aber erstmal. Jetzt. Kommt hier quasi dieser Bogen. Der wird jetzt hier einfach herausgeführt. Der wird jetzt hier wirklich einfach mal so rausgeführt aus der ganzen Geschichte. So. Das hier, das und das. Und dann, das gleiche, die gleiche Geschichte auf der anderen Seite nochmal. Boah, das wird ein interessantes Gebäude. Aber, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause. Dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder von Let's Play Minecraft The Village. Das hat mich gefreut, dass ihr eingeschaltet habt. Würde mich noch mehr freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder einschaltet. Bis dahin. Tschau. 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 Untertitelung des ZDF, 2020